Was geht ab auf meinem Lieblingskanal About Gaming? Wir zocken wieder auf Rainbow Six Siege, mit dabei ist der Justus. Hallo! Und wir zocken Kanal Bombe. Kanal Bombe spielen wir? Kanal Bombe. Ich will nicht fass spielen. Nimm doch! Nimm nicht fass! Ich bin doch nicht asozial! Warte, ich nehme noch einen im Schild. Ich habe Ash. Ash ist geil, Alter. Ash ist vom FBI. Um FBI? Oh, 3 gegen 5 direkt, wieder Mann! Mann! Eure Drohne hat eine Bombe organisiert. Eure Drohne hat eine Bombe organisiert. Wir haben einen Streber an Bord! Wir haben einen Streber an Bord! Oder bin ich über das Ziel hinausgeschossen? Noch 10 Sekunden! Noch 5 Sekunden! Boah, guck dir den, guck dir den anderen an! Der Schärfer wurde zurückgeholt! Die Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Wie redest du da wieder? Ich bin da, komm! Ich redest doch nicht immer in so einem ekligen Ton! Nee. Heils, Jungian! Nee. Weg da! Aber echt, hey! Oh mein Gott! Ja, da ist einer! Wieso schieße ich nicht? Ich sehe, wie ich schieße! Oh Mann, ey! Ist das zum Kotzen, ey! Ich bin auch wirklich scheiße! Die Sprenger ist scharf! Ja, komm mal kurz! Wie ist das mit dem Schiff, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie ist der Schiff? Im Strang, ja! Die Sprenger sind richtig. Ich seh ich nicht! was ganz ehrlich wie geht das ich habe ja wohl schon tausend schüsse drauf gesetzt ach komm ey das ist doch wieder dieses spiel ist wieder so random aber das war ja nicht angesagt du brauchst den nicht an zu sagen wusste ich so oder so also allsozial ehrlich, da werden wieder diese scheiß neuen Operator operatet das heißt ich kann mal lanzen nur noch ein Gegner man musste los yo, die Tür ist offen hast du das gesehen? nein, die Tür ist geil ja ok, um das Gegner aufzumachen mal gucken, wo ist der Gegner? oh, da ob der wohl gemerkt hat, dass die Tür hinter ihm aufgesprengt wurde? nein, war ja ziemlich ruhig auch stehst du? nee erklär nochmal bitte auch für die Zuschauer was? hii juli sipa ee mulaboe olikidele kompessa ach, quack boah, ich gehe gleich prinkeln, duschen vielleicht dusche ich auch unter der dusche boah, widerlich, alter besser widerlich widerlich, aber das geht gar nicht juli ja, das sind halt alles untermensch anschein juli 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 okay, so min k juli juli das denn Führer verbarrikadiert! Ach ja. Tschau. Was ist das? Mir aus der Sinne, der Team attackt. Stöte dich jetzt. Blass. Also war der angegriffen. Jo, übertrag doch nicht. Du schwanzloses Stück Scheiße in der Kurve, ey. Hey, hey, hey. Mann, der hätte mal umfallen können. Ja, die sind da unten noch von den Triffen, ey. Wo sind die? Nein, da sind die von den Triffen. Dann können wir hochgehen, äh, zum Dach. Hier, Leute. Seht ihr mal der Scrawbird? Oben ist der Joker. Da, wo er mal ist. Wie, wenn er einmal oben ist. Warte mal, wirst du das oder der? Mein Gott, das war dein Kill? Was war denn das? Ich weiß auch nicht, warum er so eine Brain-Lack-Führung kommt. Ach, ich bin ein offizieller Schwonnel. Oh, schade, das ist das, Mann. Ja, du siegreich. Alle Gegner eliminiert. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das geht hier ab, ey. Dann greifen. Ich nehme den Fazi-Faz und beende gleich ganz schnell die Runde. Wieso beendetst du die Runde, ist doch keine Gase. Aha! Selber gedacht! Was dachtest du? Du könntest deinen Team-Mates in den Rücken stechen. Oder so ähnlich. Was hältst du davon, dass sie noch anzeigen würden, wenn jemand eine SIS kriegt? Jetzt müssen wir eine Runde verwenden, um eine Bombe aufzuspielen. Was? Dass sie anzeigen würden, wenn jemand eine SIS kriegt? Also, lieber CS quasi. Ach so. Hatten Bart, gleich. Ich bin oben. Dankeschön. Bin auch schon oben, aber... Ja, aber... Keine Ahnung. Du hast halt auch... ganz cool am Ende der Bucksche. Den Deckehalte war auch noch die zweite Bombe, oder? Das ist ja auch klar an dieser Stelle. Also, ich glaube, da war auf jeden Fall eine Bärenfalle. Du bist eine Bärenfalle. Erste Beleidigung aller Zeiten. Ich weiß, es war ziemlich hart, aber... Das ist egal. Ist das egal. Ist das egal. Ist das egal. Ist das egal. Was ist los? Was ist für mich? Störung irgendwie? Nein. Ich glaube, das ist ja groß auf. Ich hab den auch gehört, aber ich dachte, vielleicht war's der doch. Ich glaub's das doch, wo ist das denn? Das hat er wirklich nice cool. Muss ich wirklich sagen. Muss ich abprobieren. Pass auf. Den guck ich jetzt gar nicht zu. Das ist jetzt Zeit. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so ein Schild nutzt? Nur noch ein Gegner übrig. Gegner neutralisiert. Hat er den Kiel weggenommen? Ich bin ja ein Vorberater. Was hast du so gemacht, die Runde? Ach, gar nicht. Ich hab einen getötet. Den mit der Bärenfalle. Makelloser Sieg, du footy foot. Ey, 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 ey. So haben wir nicht gewettet. Äh, äh, gewettet. Guckt euch mein Scoreboard an. Ich seh Justus gar nicht so wenig Punkte. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bin ausfleckig. Ich bin ausfleckig. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns wieder in Darwin. Tschüss. Tschüss.